und herzlich willkommen zum nächsten video meines kleinen let's plays hallo fängt gut an komm eins hast gesprochen muss ich husten ja heute wie gesagt das große große unboxing ich habe keine ahnung was hier so in dem briefkasten ist aber wir werden heute mal schauen ich habe wundert euch nicht dass der er dass ich habe versucht ob man mit dem hopper vielleicht die briefe gleich rausbekommen kann den chat auch heute mal an der drgames von den stream gerade glaube ich ansonsten prügeln die sich was irgendwie komische systeme angeht film und lemon star sind da in moment ich trinke was also lehmann und film sind sehr computer-graft begeistert oben sich aus dies gilt auch als ankündigung sich morgen streame ich ich weiß noch nicht genau welche uhrzeit ich schätze mal wieder dass ich so 19 uhr anfange dann werden wir auch eine rundtour über den server machen und mal schauen wer was wie wo wann gemacht hat erinnert die nachbarn oben ich hoffe das hört man nicht aber schauen wir mal erst mal das große große unboxing ich habe ein halb leeres inventar weil ich ozlots sachen retten musste dies irgendwie im nähter gestorben kam nicht mehr an die sachen so dann schauen wir doch mal briefkasten ist ja man kann sogar nur sachen schicken bis das so voll ist also warum schreibt sie le munza ok weiß nicht ja sami sagt nicht mehr lange dann warte ich mit dem dann warte ich mit dem unboxing und macht derweil mal haben wir ganz viele sachen ich möchte dass die oben hingeht bitte dankeschön irgendwelchen inventar voller sachen noch eine grabplatte die habe ich im nähter gefunden nicht meine die ich trotzdem mal oben hin haben wir gräber die irgendwie so mit jeder gräber auf dem server ich war gestern kurz drüben weil ich da irgendwas reparieren muss oder ich muss den hund töten war das gestern vorgestern morgen ich weiß nicht genau da sind überall so viele gräber also ach ja so haben wir noch einen brief ach noch zwei briefe von iscu nochmal iscu gut da habe ich gleich ein großes unboxing ähm ich möchte parallel aber unbedingt das redstone da überarbeiten nur gerade gucken wie dieser block hier heißt der heißt wie heißt er habe ich den ach den habe ich nicht dummer panda dummer dummer panda das habe ich nicht hier gemacht das habe ich da hinten gemacht das heißt redstone irgendwas redstone bla 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 steht dann nicht da steht basic redstone interface okay dann holen wir uns mehr davon denn ich möchte diese kabel ich will die entfernen ich traue dem redstone mod nicht mehr der bringt nur den server zum obstruz ähm so dann machen wir noch mal ein interface mach gleich mal zwei immer gebrochen immer 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 so schön dass die musik gerade so ruhig ist ähm ich fand es schön dass letztens der entertainer noch andere gefeiert haben nicht nur ich so dann wird er dahin gesetzt und dann kommt dieses dreckskabel weg diese kabel machen nur probleme ich hoffe das project red langsam updatet dann werde ich nämlich ähm zwar mit vorwarnung werde ich diesen mod ersetzen denn ja ich na ich weiß nicht fällt ihm weiß auch nicht so ganz was er damit machen soll vielleicht werde ich auch nur ähm also das erweitern denn das redstone so funktioniert nicht richtig das ist nee das geht einfach ich habe gerade das kabel gekappt und wundere mich dass der nicht hoch fährt ja ja ähm okay so erst mal das restkabel entfernen hier so weg damit weg damit weg damit weg damit den augen aus dem sinn und mir mal ein bisschen erde aus dem lager kann ich hier nämlich schön aufhören ah ich weiß aber ich habe gerade geschludert total so ähm falsches so ähm das hätte ich vielleicht anlassen sollen aber egal ich komme auch von hier dran da ist es dann benötigen wir unser werkzeug das ist da ist es so bitte einmal nach unten danke einmal so und so dann sollte das funktionieren sehr schön dann machen wir das ebenso ich meine das funktioniert genauso gut wenn nicht sogar besser habe ich hier noch kabel ja so und weg mit den ganzen kabeln so jetzt haben wir es hier doch gleich viel hübscher und da ist schon wieder ein brief drin ich gucke sofort so das macht man doch das unboxing herauszögern ne das ist doch professionell glaube ich so ihr habt keine ahnung was die da so schreiben ich hoffe es verwirrt euch nicht zu sehr aber ihr könnt ja gerne mitlesen ähm so dann gucke ich nochmal 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 zwei nochmal lehmunstar und feldim ich werde hier mit sachen bombardiert das ist schön ähm so dann packe ich das mal alles ins Lager da und dann mache ich jetzt sogar das unboxing kann ich suchen hallo mache ich spezielle musik an so 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 vielleicht sogar ein stück lauter machen jetzt kommt das coole coole unboxing jetzt kommt das coole coole unboxing machen wir aber oben im haus vor dem haus vor dem haus hallo so 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 ähm dann warte ich noch dann warte ich noch wenn er auch noch was schicken möchte dann warte ich noch kurz mit mir die musik so 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 genug getanzt ah ich mag den entertainer echt kann ich glaube ich sogar ja das geht man kann ja ein schiff rechtsklick auf treppen machen um sich zu setzen man kann sich auch gruselig in treppen setzen aber das ist was anderes dass hier anderen irgendwie los Sí Immediately was Ramadan Ok gå Eigentlich kann ich mir ja alles selbst machen. Parallel mal unten. Ich brauche mal kurz Essen. Essen, Essen, Essen. Ich habe noch Brot von Samy. Äh, von Lemunza. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich frage, jedes Mal wer befiegt die beiden durcheinander. Das ist schrecklich. Ah, und mein Cube. Ähm, wir können mal gucken, wie viel EMC wir hier so haben. Oh Gott. Ähm, ich glaube genug. Ach, du heilige Peperoni. Ich muss mir angewöhnen, hier irgendwie die auszutauschen. Ich will halt die, die Omegas da machen. Deswegen so. Kann ich eigentlich einen MK3? Kann ich nicht, oder? Mach mal MK. Nur den MK1 habe ich hier drin. Ich glaube, dann machen wir das mal ganz kurz. Ich bin immer verwirrt, dass die Tür aufgeht. So. Dann mache ich nämlich jetzt einfach... Wo sind die? Nur, es geht. Drei weitere. Und geht die Tür... Ach, eine Fledermaus ist hier. Muss ich mal auf Player stellen. Aber ich finde es aber gut, dass es durch Entities da ständig aufgeht. So. Dann kann ich nämlich... Alles das hier, so aufladen Gleichzeitig, nie gut Wir haben Post Oh Gott Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit Wo ich das möglich hatte Oh Gott Dankeschön Dankeschön, Dankeschön So Das große, große Unboxing Ich mache davon jetzt auch einfach mal einen Screenshot Kann ich hier winken? Funktioniert das? Leider nicht Die Maus kann ich hier gut wegredulieren Hier eher weniger Vielleicht mache ich auch mal so Das Zertus Quarz haben und Redstone Da fragt das Ozo Die Königin Der Bauwelt Machen wir jetzt einfach mal das Unboxing Wir setzen uns hier schön auf die Treppe Und unboxen unsere schönen Briefe Ach, nach 15 Minuten tun wir es dann noch Schauen wir mal Ähm Ah, Dr. Games HD Überträgt einen Livestream Jetzt streamt er Gut Gucken wir erstmal, dass ich hier das so ein bisschen sortiere Du schickt mir offenbar sehr gerne was Nochmal Isco Hellbone Nochmal Isco Sag mal Müll mich nicht zu Nochmal Mach Gott sei Dank auch andere Menschen So Dim Eldim Hellbone Manno Die Reihenfolge hat jetzt übrigens keinen Sinn Also Ich mach die halt nach Nach, nach Irgendwie gerade random Tut mir leid Ähm Ja Ich würde einfach mal sagen Beginnen wir mal mit dem Mit den ersten Briefen Oh Gott So viele Schauen wir mal Was der liebe Isco Uns so geschickt hat In Brief Nummer 1 Dragon X Ernsthaft Heute seid ihr Hobbylos? Ah Metabelle Okay Und Stone Ja Stone Stone war besonders wichtig Wie? Warum so viel? Oh Gott Was tut ihr? Ihr habt Echt Keine Hobbys Okay Dankeschön Next Generation Dann Eine Netastar Sehr schön Habe ich auch Einen Netastar Finde ich cool Dann Noch mehr Netastars Okay Dankeschön Und noch mehr Netastars Das wird irgendwie immer mehr Ich habe Angst auch Für den nächsten Und Die haben Oh Gott So Danke Isco Aber du musst mir wirklich Nicht so viele extreme Sachen schicken Das ist ja schrecklich Und ein Buch Ach ne Isco Zeitung Da gucken wir später nochmal rein Cool Ähm Und Kabel Und Blazerots Und Gold Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen Das ist cool Danke Ähm Houston I have a problem Ähm Wir müssen doch mal Achso Ich kann sitzen bleiben Hallo Setz dich Setz dich Hallo Bitte Setz dich Achso Rechtsgelegen Ich trottel Ähm Aber mit einer leeren Hand Nein Mit einer leeren Hand Sag ich So So Jetzt sitzen wir wieder Ähm Ich stopfe mein Mein Lager voll Also die Kabel ist auf jeden Fall cool Das spart mir so viel Arbeitsschritte Die Kabel sind wirklich cool Danke Ich habe keinen Platz Ähm Gut Ich muss mir eine Kiste holen Dann packen wir jetzt hier vorne Schaffe ich es Ja Und kann ich die aufmachen Ja Gut Ähm Ja die Dias waren jetzt nicht unbedingt nötig Netastars Ja Okay Danke Die Dragon Eggs Gut Ähm Gut Haben wir das Aber die Kabel sind wirklich wirklich gut Spart mir Arbeit Das Gold auch Danke Danke So Der Rest ist eigentlich Also ich habe genug EMC Um mir die Dias und sowas zu machen Netastar hatte ich noch nicht Dragon Egg auch nicht Das ist ganz cool So Dann gucken wir mal weiter Nein 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 Wollen die Reihenfolge schon beibehalten So Dann Zwei Briefe Vom lieben Feldim In Brief Nummer 1 Ist Noch mehr Netastars Wollt ihr mir irgendwas sagen Mit den Netastars Oder Ich weiß auch nicht Irgendwie Ziemlich viele Gut Nochmal Und Ein Transmutation Table Den Portable Ja Oh danke Danke Oh danke 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 Ach Dann muss ich mir den auch nicht selbst machen Ich meine Er ist jetzt nicht so schwer zu machen Den kann ich mittlerweile locker herstellen Aber Dankeschön Ähm Dann Ein Brief Von Nein 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 Du guckst nach hinten Du hast mir den zuletzt geschickt Ähm Dann Ein Brief von Ozelot Mal gucken was Ozelot mir schickt Ozelot schickt mir Zwei Federn Dankeschön Was zum Geier Ich hab jetzt viel zu viel EMC Leute Oh Gott Dankeschön Ach du heilige Pepperoni Uh Okay Ich glaube EMC Hab ich nach diesem Unboxing genug Ähm Dann Ein Brief Vom Flo Nochmal Auch nochmal Ein Dragon Egg Sehr lieb Dankeschön Eins reicht nämlich Eigentlich Ist gut Du musst nicht immer Betreiben Und zwei Millionen schicken Ein Panda Noch ein Ja da gucken wir auch gleich rein Sehr schön Und dann Einem vom Romano Da weiß ich schon was drin ist Schnee drin glaube ich Guckt mal Aber nicht nur Schnee Eis finde ich cool Dankeschön Muss ich nicht farmen Schnee ist auch so wie Ähm Melonen und Pumpkins Hab ich glaube ich noch gar nicht Bin mir nicht sicher Zuckerrohr Bambus ist immer gut Ein goldener Apfel Sehr schön danke Und eine Villager Statue Traurig Traurig Die traurige Statue Der arme Villager Ähm 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 Pack ich auch erstmal hier Muss mir unbedingt einen Platz Dafür suchen Äh Kommt ihr doch erstmal dahin Aus Emerald Ganz cool In grün Da sieht man sogar Wie lange die gelebt haben Immer Ja auch wie lange ich gelebt hab Bei meinen Gräbern Ne da steht nicht Nur bei NPCs Äh NPCs Okay Gut guck Cool Noch ein Brief Von Sammy Craft Okay Dann erzählen wir uns auch noch was Ab Ähm Dann setzen wir uns nochmal an die Bank So Ähm So gucken wir nochmal was Sammy uns geschickt hat Eine Hundestatue Oh Sehr armer Hund Wie dumm sind Hunde Auch nochmal als Buch Aber ein anderes Buch Von Bibliocra Bin ich gespannt welche Ob die so viel anders sind als die anderen Aber gut Ähm Ich muss mir nochmal Oh Gott Ich hab viel zu viele Sachen Leute Komm mal auf die Statue Wie viele Tage erlebt Okay Werde ich gleich eh machen Äh Ich pack mal den ganzen Schmodder hier rein Äh Die ganzen tollen Preise Ähm So Gott So viel Zeugs So viel Zeugs Und natürlich die Bücher Die gucken wir gleich noch an Das heißt die Folge wird heute ein bisschen länger Ähm Noch eine Hundestatue Oh Gott warum Woraus ist die denn Sieht der krank aus Zombiehund oder was Oh geht nicht Kann ich gucken Warum geht das nicht Steht das bei der Statue drauf Nein Noch schade Aber hier steht es ja drauf Den Villagern Ah man muss sie mit Silk Ah Man muss sie mit Silk Touch Bestimmt abbauen Steht das hier nämlich auch nicht mehr Okay also die Statuen mit Silk Touch abbauen Gut Wissen wir da Bescheid Ähm So schauen wir mal in die Bücher Gucken wir erstmal vom Sammy Titel des Buches Wie dumm sind Hunde Gucken wir mal rein Ähm Laut einer Studie eines Wissenschaftlers Das namens Sammy Craft Sind 74% aller Hunde Sammys besitzt behindert Was Was tust du Hunde von anderen sind Zehnmal schlauer Ah Eine Intelligenz Studie über Hunde Find ich gut von 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 Rumble Einfach so eine Komplette crazy Zahl Find ich gut Cool danke Ähm Dann von Flo Hi Panda Hallo lieber Panda Ich streibe dir mal so aus Langeweile Und hab noch ein kleines Geschenk für dich Sehr schön Ach Briefe sind doch immer toll Ähm Wolle bleibt scharf Das ist bestimmt ein bisschen Ach du Heil Ach du Heilige Das ist viel Da mach ich ein extra Video zu Wenn ich darf Und ich glaube für die Zeitung bestimmt auch Oder? Zeitung? Ja das geht Ähm Zeitung von heute Heute hat Dr. Games ID Ein Network Kabel Von Le Moonstar Zerstört Ach immer diese Skandal Äh Skandal News Isku verschenkt Einfach Bias und andere Sachen Ihr müsst ihn nur fragen Ich glaube Isku Suchtet richtig Nun haben alle So was Skystone von Paragorn Und Ah Kann meinen Namen nicht sprechen Alles Paragorn Heißig glaube ich Ne Bekommen Ähm Wenn ihr Vorschläge habt Geht zu Isku Artikel von Isku Vielleicht wäre So eine Zeitung Echt mal ganz cool Na ich Überlege mir da mal was Und die Geschichte Oh Gott Ich Das würde ich gerne Cool vorlesen Aber das kann ich gerade nicht Weil ich zu Zu Aufgedreht bin Da mache ich gerne ein extra Video Überfliegt das mal ganz grob Geschichten sind immer cool Ähm Ihr könnt auch gerne so kleine Storys vielleicht Über den Server Wenn ihr Lust habt Darf ich hier zu schreiben Ähm Mir gerne über Discord zukommen lassen Dann mache ich da gerne so ein Erzählvideo zu Das werde ich mit der Geschichte mal machen Also das ist glaube ich ganz cool Das werde ich machen Danke schön Ocelot Entschuldigung dass ich das jetzt nicht vorlese Aber du wirst dich über das Video schon freuen Ich habe da jetzt schon eine Idee Gut und Noch ein Brief Noch mal Ocelot Ich kriege zu viel Post Keine Postkriegen ist anstrengend Jetzt bin ich schon bei 28 Minuten Gut gucken wir auch nochmal Du hast Post Geh weg Geh weg Keiner mag dich Geh weg Ähm Die Spitzhacke echt stark 9 Attack Damage So 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 jetzt Schluss Ah so Wenn noch mehr Postkommt Mache ich nochmal ein Unboxing Wusste nicht dass das so lange dauert Ähm Gut Machen wir den letzten Brief von Ocelot nochmal auf Besser als 15 Minuten Ja Entschuldigung die Folge gestern war ein bisschen kurz Ähm Ach cool Das feiere ich jetzt schon Es ist was gechiseltes Gechiselte Sachen auf jeden Fall Cool Wirklich Das brauche ich gar nicht jetzt kurz angucken Will ich jetzt trotzdem tun Aber Cool Ähm Ich glaube es ist eine Rüstung Kann ich die anziehen Werde ich zum Zombie Wie funktioniert das? Hallo? Hat sie Endsoft? Eine kleine Aber wie cool Eine Krawatte Wie geil ist das denn? Ah das ist cool Ah das ist cool Danke Ocelot Das ist echt cool Ah deswegen Ich mag den Jizzle in Bits Mod einfach Und mit dem Extra Bit Manipulator Kann man halt jetzt So tolle Sachen machen Es fehlt nur wirklich Ich hoffe dass sie das Mit dem nächsten Update Irgendwie noch rein machen Dass man Waffen herstellen kann Dann haben wir nämlich Den Amorous Workshop Und Ah Ich hab den damals gefeiert Den Mod Aber das ist echt cool Echt echt cool Gut Dankeschön Dann war es das Von Dann war es das Mit dieser Nicht von dieser Folge Von mir mit dieser Folge Ähm Ja Cool aus Wir sehen uns dann In einer anderen Folge Bleibt immer schön Bambus Euer Paragon Und 30 Minuten Oh mein Gott Tschüss Oh mein Gott